Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute machen wir einen Ausflug zum Bauernhof, aber zuerst müssen wir es aufbauen. Musik Es wird ein sehr großes Gebäude sein, voll mit Tieren. Musik Jetzt folgen die Haustiere und der Farmer natürlich. Musik Puh, was für ein schönes Morgen. Musik Wir müssen jetzt die Tiere füttern. So, der kleine Ferkel hat Essen bekommen, aber wir müssen auch die anderen Tiere füttern. Musik Oh oh, das reicht nur für die Schafen. Wir müssen noch mehr Essen trinken. Musik Den Hähnchen geben wir Mais. Musik Und für die anderen Tiere müssen wir Nahrung besorgen. Musik Musik Die Armen Kein Thema, ich werde es gleich von den Felsen bringen. Musik Schaut mal, wir haben feines Heu gebracht. Musik Alle Tiere sind gefüttert. Jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen. Musik Musik Oh nein, die Tiere sind aus dem Zaum gegangen. Musik Und was macht der Pferd da? Er befreit alle Haustiere. Musik Es scheint, dass sie ein Party machen. Musik Aber da kommt der Bauer. Musik Aber was ist da los? Hüsch, hüsch, zurück in euren Zaun. Musik Komm, rein mit euch. Musik Wo sind die anderen Tiere? Musik Schweinchen Musik Und jetzt noch die größere Tiere. Musik Fertig, jetzt könnt ihr nicht mehr raus. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss. Musik Musik